Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest. Wir haben in der letzten Folge hier unsere Falle fertiggestellt und wollen gleich mal gucken, was wir noch alles so machen könnten. Ich fände es gut, wenn wir erstmal für ausreichend Nahrung und drum und dran sorgen. Dazu brauchen wir, was ist das denn? Okay. Noch ein paar Nahrungsfallen. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Garten könnten wir anlegen. Oder... Das wäre eigentlich nicht schlecht, das wäre eigentlich erstmal wieder... Ich glaube, den bauen wir uns auch noch. Wir bauen uns ein kleines Gehege gleich wieder. Ich weiß noch nicht, wo wir das reinbauen. Da geht es nicht. Die Ecke können wir nicht mehr nutzen. Vielleicht hier gleich drumherum. So, ein bisschen rotieren. Schön in der Ecke. Und dann bauen wir uns noch einen kleinen Garten dazu. Den könnten wir... Wo könnten wir den hinbauen? Hier ist vielleicht ein bisschen... Naja, das macht es vielleicht ein bisschen schöner. Bauen wir uns hier noch einen kleinen Garten hin. Sofern es passt. Passt hier überhaupt was hin? Hm. Hier scheint gar nichts hinzupassen. Ist ja ein bisschen schade. Da ist er. Und er ist doch recht größer, als ich dachte. Okay. Ja, wenn er dort nicht hinpasst, dann... Bauen wir ihn einfach... R. Vielleicht hier so hin? Dazu brauchen wir zwei Stämme. Die haben wir ja locker da. Was ist denn? Naja. Ein kleiner Garten. Süß. Aber wir haben doch keine Pflanzen gehabt. Irgendwie. Die wir dort einsetzen könnten, oder? Ich schaue mal ganz kurz durch. Ne, was ist das? Um eine Waffe zu konstruieren. Okay. Uh, das nehmen wir uns auch noch. Ne, wir haben noch nicht wirklich was dafür geeignet. Gut. Dann gehen wir einfach nochmal durch. Was können wir noch? Wir könnten hier noch mit dem... Das Fleisch etwas haltbarer machen. Hier hinten geht es gar nicht. Und ganz hinten. Probieren wir es mal. Wir richten uns hier langsam häuslich ein. Äh. Hier funktioniert es nicht. Da hat es gerade fast funktioniert. Ja, aber so auf der Schräge ist blöd. Funktioniert es hier denn? Da war doch gerade was. Ja, aber auch wieder sehr schräg. Gut. Dann müssen wir das alles nach außen verfrachten. Ist auch nicht weiter dramatisch. Das rotieren wir mal so, dass es passt. Und platzieren es am besten. Sind wir so gemein? Na ja, komm, wir machen das mal einen Moment. Machen wir das nochmal weg. Ziehen den hier mal ein bisschen weiter vor, dass wir mehr Platz haben. Hoppada. So. Und dann platzieren wir hier das gleich neben dem Hasenkäfig. Einfach weil wir gemein sind. So. So. Sieht auch gut aus. Jetzt brauchen wir nur ausreichend Zweige noch dafür, um das wirklich fertig zu bauen. Sind aber immer nur Steine irgendwie da. Könnten auch nochmal kontrollieren gehen, ob inzwischen oben was in die Falle reingerannt ist. Gucken immer schön langsam erstmal, ob hier irgendwo einer langläuft. Keine Einwohner. Ne, sieht gut aus. Jetzt wäre die Luft rein. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen Stöcker sammeln. Auf dem Boden liegen nur Steine. Haben wir das hier noch mit? Es ist wirklich irgendwie beunruhigend leise hier um uns herum. Ich finde das im Prinzip ja gut. Andererseits sorge ich mich auch, ob das noch eine Konsequenz mit sich bringen wird. Insofern, dass dann irgendwann mal alle auf einmal kommen oder so. Steht da hinten jemand? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Und hier in die Falle tritt irgendwie nichts mehr rein. Ich glaube, wir hätten hier nicht abbauen sollen. Ich bin mir nicht nicht schlüssig darüber. Aber andererseits sind hier noch Tiere da. Vielleicht klappt es noch nicht. Vielleicht müssen wir mehrere aufstellen. Damit wir überall so ein bisschen die Chance haben. So zwei, drei Stück. Und dann immer wieder abwechseln, kontrollieren, ob sich irgendwo was findet. Wir bauen jetzt erstmal den Hasenkiefig zu Ende. Verdammt. Oder auch nicht. Fast zu Ende halt. Noch mal Stöckerchen gucken. Was ist das hier? Das ist einer. Das ist aber auch der Einzige hier. Okay. Das sieht alles immer so komisch aus, aber es ist letztendlich nichts. Das ist nur ein kleiner Stein. Nein. Niemand. Niemand. Okay. Ich gucke mir mal vor wie so ein Häschen vor dem Kaninchenbau. Das könnte doch noch Stöcker geben, oder? Der ist doch eigentlich, obwohl der ist dick. Das ist nicht so ein dünner. Nehmen wir von hier einfach noch ein bisschen was mit. Und die anderen Lagen Lagen hier so irgendwo. Ich fühle mich irgendwie so beobachtet. Das ist gerade ganz schlimm. Das sammeln wir alles noch mal ein und dann stellen wir auch noch eine zweite Falle auf. In der Hoffnung, dass es was bringt. Gut. Und wir da bald wieder zu Futter kommen. Ohne groß jagen zu müssen. Das wäre natürlich echt wünschenswert. Aber irgendwie ist es mau. Ich glaube, wir haben erst zweimal was in der Falle gehabt. Ansonsten noch nichts. So. Was ist das da eigentlich? Können wir das abbauen? Nein. Das gehört zur Umgebung anscheinend dazu. Bin ich mal gespannt. Ich weiß auch nicht, ob auf dem Garten einfach von alleine irgendwas wächst oder ob wir da wirklich gezielt irgendwelche Samen setzen müssen. Ich weiß aber nicht, woher wir die wirklich groß bekommen können, die Samen. Also ich weiß, dass man so irgendwo Aloe-Aloe-Pflanzen und so findet, aber wenn man da jetzt auch irgendwas zum Essen findet oder ob das dann nur Medizin ist, die wir anbauen können. Da hinten war ein Tier. Hier irgendwo. War doch gerade was. Bin ich doof? Okay, ich bin anscheinend doof. Hätte gemeint, da saß was. Oh. Schnell weg, da ist jemand. Eigentlich würde ich ja gerne mal unsere Falle ausprobieren. Aber wenn es dann 5, 6 sind und nach einem Mal löst sie schon aus und ist dann kaputt oder was auch immer, wäre das Glock nicht so geschickt. Und ich bin auch mir nicht sicher, ob die sich durch die Wände durch beamen können oder nicht. Letztens, als wir diese Scheune als erstes gebaut hatten, konnten sie das ja. Konnten sie uns irgendwie in der Wohnung angreifen, obwohl die Tür zu war und alles. Ach, wir haben gar nicht keine Äste gesammelt. Das ist natürlich blöd. Also, sie schleichen hier schon ab und an rum. Gut zu wissen. Hm. Geh nochmal vorsichtig gucken. Okay. Nix. Vielleicht ist sie wieder weggegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher und ich verkenne immer wieder die Gebüsche mit den Leuten. Ich bin mir nicht sicher, was was ist. Ob da jemand steht oder nicht. Wir brauchen immer noch Äste, eigentlich. Ups, da haben wir einen. Aber einer allein reicht ja nicht aus. Okay, sie scheinen wieder weggegangen zu sein. Hier sind nur Steine. Vielleicht sollten wir hier im Wald auch noch irgendwo Fallen anbringen, damit die irgendwo reinlaufen. Aber wir müssen erstmal irgendwie die Basis ein bisschen ausbauen. Ich laufe schon wieder, ob ich hier irgendwas aufklingen höre. Bis jetzt ist nichts dergleichen zu hören. So. Den nehmen wir noch mit. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich von hinten irgendwie ein Überraschungsangriff. Wir sind zwar jetzt mit einer Rüstung ein bisschen geschützter als vorher. Das hatten wir bis jetzt ja auch nicht so in dem Maße. Aber trotzdem, ich glaube, wenn da wieder so eine ganze Horde auftaucht, gleich haben wir dennoch schlechte Karten. Okay. Immer noch still. Das ist super. So, hier sind noch ein paar Äster. Das könnte fast schon reichen. Nehmen wir auch noch mit. Ach, die können wir gar nicht mehr mitnehmen. Die sind voll. Gut, dann halt nicht. Ein bisschen Baumaterial will ich halt oben auch noch lassen, dass wir eben, wie gesagt, dort Fallen reinbauen können. Weil da steht ja immer dazu, das kann nur so zwischen den Bäumen aufgebraucht werden. Klar, die sind ja auch jetzt nicht ganz behindert und laufen in irgendeine ganz offensichtliche Falle rein. Und ich weiß auch nicht, ob sie aus dem Wasser kommen können. Also, ob sie dann hier abrutschen, nicht in die Falle rennen, aber eigentlich ist es steil genug, sie dürften da eigentlich gar nicht hochkommen. Wir selber kommen ja auch nicht wirklich dran hoch. Aber ob die Logik mein Spieler auch jetzt so erkennt, ist jetzt schon ein bisschen fraglich. Oder ob das dann nur für uns gilt, dass wir nicht hochkommen, aber die Einwohner haben da kein Problem mit oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt misstrauisch, muss ich sagen. Den hacken wir einfach mal. Ja doch, den hacken wir. So. nach, wenn wir nicht außer Atem wären. Moment, da müssen wir erst noch mal einen Energy Drink. Warum ist das denn schon wieder so dunkel alles? Ich weiß nicht, warum mein Inventar manchmal so tief schwarz ist. Das ist doch gar nicht Nacht oder so. So. Den hacken wir noch und dann schauen wir mal, wie wir wirklich immer noch alleine sind. Upsa. Bis jetzt konnten wir dem Kampf vorerst ausweichen. Da war ja jetzt erstmal nichts mehr. Das ist ja Oh, ein Hase. Ach, verdammt. Blöder Hase. Nehmen wir das einfach nur mal mit. Horten das für den nächsten Bau, der ansteht. Ich weiß noch gar nicht, was wir wie gesagt bauen jetzt mit den ganzen Stämmen, aber erstmal geht es ja ums Haben. Und dass wir so ein bisschen in Sicherheit sind. Hier können wir also jetzt Fleisch aufhängen, okay. Wir haben eh schon wieder Hunger. Wir brauchen noch eine weitere Falle. Die bauen wir am besten gleich mal. Ich weiß nur noch nicht wo so recht. Vielleicht irgendwo so ein bisschen in einer Gebüschnähe. Wo wir einfach wissen, da werden wir nichts abhauen. Weil hier ist ja jetzt nichts, aber da hinten laufen Hasen rum. Vielleicht sollten wir es einfach ein bisschen weiter da hinten versuchen. So, Moment, ich guck mal gerade. Vielleicht wir sind sicher, okay. Dann nehmen wir das doch noch mal und bauen das hier so her. Keiner? Immer noch keiner? Okay. Da unten liegt ein ganz auffälliger Stock. Und Stämme. Die nehmen wir mal mit. Solange ist hier keiner interessiert. So. Immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht die Beine brechen. Okay. Das ging ganz gut. Ach, wir können nichts mehr drauflegen. Ist voll. Okay. Dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob es wegrollt, wenn wir es jetzt fallen lassen. Oder ob es hier so bleibt. Was bauen wir denn damit am besten? Ich will es ja nicht verschwenden. Huch, es ist gleich wieder Nacht. Wir legen uns mal kurz hin und dann denken wir mal drüber nach, was wir mit den Stämmen anfangen könnten. Irgendwas Sinnvolles wird uns da schon einfallen. Z. Upsa. Hallo? Ich sagte doch Z.